Hey Freunde, Willkommen zum heutigen Test und zwar ist heute dran der Viper 1 Böller Schwarzpulver von PyroTrade. Pro Böller haben wir hier 1 Gramm NEM, preislich liegt er bei knapp 4 Euro pro Packung und die Böller sind ziemlich klein, Zündschnüre sind immer ein bisschen dreckig von dem Gips und wie gesagt ihr seht ja wie groß die Böller sind, nicht unbedingt groß. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal raus zur Zündung. Bis gleich. So, jetzt aber ProTrade Viper 1, sehen aus wie kleine Petarden, einmal zwei Stück. Jetzt. Tschüss. Tschüss. Machen wir noch einen. Na 3 machen wir noch. Nummer 1. Ahaha, ich höre, dass der lauter ist. Nummer 2. So, Knall in drüben. 2 im Fernfufer und der letzte. Leute, das war's dann mit dem Test der WIPA 1 von Pyrotrade, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das war's dann mit dem Test der WIPA 1 von Pyrotrade, macht's gut, bis zum nächsten Mal.